Tudu! Let's play! Tudu! Let's play! Tudu! Let's play! Ich möchte nicht sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Okay! Oh, neue Munition! Weiter in den Kampf! Auf sie mit Gebrüll! Habt ihr mich vermisst? Habt ihr mich vermisst? Als ob die gewusst hat, dass wir weg sind. Bäm! Bäm! Oh! Bäm! Bäm! Hast du alle da oben? Ja! Nee! Ach du Scheiße! Der war grad noch nicht da! Mit einem Schlag mein ganzes Schild weg! Oh oh! 10% Ich glaube ich rendiere mal lieber hinterher! Ich versuche ihn weg zu ballern! Oh! Ich bin da! Ich bin da! Er steht gleich! Ich hab ihn noch getroffen! Nice! Aber trotzdem danke! Bitte bitte! Boah die sind echt stark! Oh da sind schon wieder zwei! Einer noch! Was ist das? Oh fuck! Keine Munition! Oh nein! Toll! Lad dein Schild auf! Lad dein Schild auf! Ich hab nur noch 9 HP! Boah! Ich werd auch ziemlich hab getroffen muss ich sagen! Nein! Ja! Nice! Einer ist down! Oh fuck! Alter die halt! Die sind ordentlich Mensch! Richtig hart! Das sind mal Gegner! Toll! Fertig! Boah! Hart! So kommen immer noch welche! Okay! Ich bin mal schnell einkaufen! Ah wir haben es geschafft! Ja! Das hat Spaß gemacht! Ja! Hat viel Spaß gemacht! Holst du mir noch ein Stück Eridium? Ne ja holst du doch selber! Die hat sich nur hin und her geportet und jetzt sollen wir sie wieder hier durchfüttern! Hast du noch ein Stück Eridium? Hast du noch ein Stück Eridium? Ja! Die meisten meiner waren... Äh! Alter was für eine Shotgun! Aus den Händen gerissen! Neu passt echt mein Favorite! Weg! Und weg! Nochmal gucken! Wow! Irgendwas mit mehr Damage! Die ist heftig! Die ist auch nicht schlecht hier! Die kommt mal weg! Die bleibt! Die muss jetzt weg! Die muss weg! Die wird überprüft! Ach 30! Ach das ist die nur schwächer! Und die brauchen wir sowieso nicht! Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen! Jetzt muss ich dich mit dem vergleichen! Geh mal schnell dann! Hm! Auf! Ah! Nein! Verkaufen! Ja und Pistole? Ja behalten wir mal! Bis bald mein Freund! Wenn du anders einkaufst! 1, 2 und 3! Ich gebe dann mal unserer Freundin hier das Iridium! Ja wir müssen erst wieder eins holen! So leicht macht die es uns nicht! Geh doch an deine Kiste! Als ob sie das nicht selber könnte! Ist ja so weit weg! Mein Gott immer diese braun! Die könnte sich da auch hin porten! Ja das ist das Zeug! Ja das ist das Zeug! Guten! 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 Das ist dann das die wahrscheinlich immer stärker wird! Alter nicht dass wir die dann doch besiegen müssen! Ihr seid die Kammer auf! Es sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend! Dank diesem Iridium Zeug! Keine Ahnung warum! Ah! Kitten! Also beraten wir wie wir meinen Freund retten! Lass mich auch mal sehen! Oh yeah! Yeah! Abschluss! Nice! Was haben wir freigespielt? Bist du noch angekommen? Ah so ein Teil! Also ich kann Gesundheit regenerieren und 45% maximale Gesundheit! Was macht die Mission? Wo ist das her? Als Questbelohnung! Ah! Kommt sie auch? So was müsstest du auch haben! Ah ich habe was anderes bekommen! Nahkampfschaden nochmal! Nee! Feuerrat, Nahkampfschaden! Ist glaub besser! Ich nehm mal das! Ich kann mich nicht entscheiden! Das behalte ich mal auf jeden Fall! Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht! 45% man das ist... Loll! Was macht die jetzt? Wir haben schon wieder nicht zugehört! Ich hab dich grad mal 3 Meter weit bewegt oder? Ja! Sorry! Ich bin noch am üben! Das erinnert mich daran, dass es im Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt! Du solltest etwas trainieren bevor du es mit denen aufnimmst! Du machst dich übrigens gut da draußen! Weiter so! Hm! Portet ihr uns jetzt weiter oder müssen wir wieder laufen? Ah wir müssen laufen! Hab ich auch gewartet! Faule Sau! Oh! Ich hab's geschafft! So! Wo bist du? Kevin hüpft erstmal in die falsche Richtung! No! Und jetzt? Wie komm ich zurück? Schaffst du auch? Ja! Du machst Sachen! Jawoll! Ja! Hast du geschafft! Nice! War fast feinig geworden! Hüpft da erstmal in die falsche Richtung! Warum nicht? Weil ich bräuchte schon einen großen grünen Pfeil wo mir die Richtung mal ist! Dafür hast du ja in der Map oben rechts immer dieses Quadrat! Oder diese Raute! Die zeigt dir das aktuelle Ziel immer an! Geheimgang! Battle rollen! Oh ne! Da gehen wir nicht runter! Och komm! Geh doch mal in den Geheimgang runter! Du fängst an! Da drüben gibt es einen Leiter? Da drüben ja! Hm! Ich riske es auch nicht! Doch riskiere es mal! Dann schau ich mir in Ruhe die Waffenkiste an! Ähm! Doch! Schneller! Hast du das gefunden? Äh! Schau dir mal das Schild an ob du das gebrauchen kannst! Ne ist schlecht auch! Auch für dich wärs gut! 364 Kapazität! So! Gut! Genießt! Ja aber ich nimm es nur zum Verkaufen mit dann! Ich mag eigentlich an meinem Schild hier dieses diesen äh Feuereffekt! Ja das ist ja recht! Ja dann verkaufen was! Für mich ist es auf jeden Fall auch nicht gut! Oh! Hier können wir noch runter! Oh! Hast du mich runtergeschoben? Runtergefallen! Leute! Eie! Ach Gott! Ah! Guck mal wo wir rauskommen! Dreh dich dann mal um! Äh! Ist bekannt vorkommen! Aha! Das ist der Wasserfall! Darf wir hier reinholken! Aha! So läuft der Hase also! Jetzt können wir hier hoch! Ah hier muss ich nachladen! Puh! Wow! Mach selber Damage damit! Sub Machine Gun! War die Shotgun? Ach komm! Shotgun! Oh! Kevin! Bleib stehen! Puh! Wir müssen hier links runter! Ja! Hier links! Wollen wir noch irgendwas kaufen? Munition technisch? War die gut? Ja! Ich könnte wieder verkaufen hier ein bisschen was! Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten! Ey hier gibt es ein Schild mit 410 Kapazität! Toll! Wow! Hier gibt es ein Klassenmod für dich! Den solltest du vielleicht kaufen! Team kritischer Schaden 17% extra! Okay! Das heißt wenn wir kritische Treffer machen sind die 17% stärker! Ich bin dabei! Ich habe eh schon kritischer Treffer geskillt! Das habe ich denke ich perfekt ist! So wo haben wir das Schaden? Verkaufen! Verkaufen! Ah! Verkaufen! Scheiße auf Gesundheit! Bist du das mal? Komm jederzeit wieder vorbei! Du bist doch Organspender! Hier ist so ein Travel Ding! Okay! Gehen wir mal! Da gehen wir mal eine oder? Da stecken wir mal das Käpfle eine! Ich habe gerade eine Waffe hier im Ladebildschirm gehabt! Die sah aus wie so eine Super Soaker! Oh! War das ein Feuerzeug? Seid vorsichtig sein! Was ist denn hier für eine Waffe? Was ist denn hier für eine Waffe? Aber die ist ziemlich stark! Okay! Da! Loll! 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 Wo steckst du? Loll! 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 Ich muss definitiv meine Shotgun ablösen! Gut! Dann nutze ich die Zeit mal! Habe ich ihn hier bekommen? Mach mal die Pistole! 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 So jetzt haben wir es! Endgültig! Abdrücken kannst! Nice! Feuert so schnell wie du abdrücken kannst! Die sind gut! Toll! Da kommen welche raus! Huch! Auf die Fässer! Boah! Bäm! Hammer! Ah ja! Haben wir schon alles gelootet? Kann es sein? Hä? Tatsache! Ah! Aber hier unten können wir ein Auto bekommen! Yay! Yeah! Das sagt der ein Fahrzeug! Okay! Das sagt der ein Fahrzeug! Catcher! Warte! Alright! Alright! Hup! Oh! Hinter mir! Ja! Mach du mal! Ähm! 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 Machen wir! Ah! Okay! Oh! Ich bin noch so ausgestiegen! So rum! Ein anderes Teil! Ah! Äh! Wir haben zwei Ziele! Und wissen nicht welches Weg es ist! Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Äh! Links! Aus welchem Grund? Stehen bleiben! Feinde! Du kannst immer nur in Fahrtrichtung schießen! Ich hab's gerade gemerkt! Nein! Nein! Diese Bullimonks sind so langweilig jetzt im Vergleich zu echten Gegnern! Boah! Cool! Mg ist nicht schlecht was du hier an Bord hast muss man sagen! Oh! Speicherpunkt! Vor allem damit können wir beide super schießen eigentlich! Oh! Wenn ich von jemandem zur Fahrzeug ist nicht mehr! Oh nein! Ich bin ausgestiegen! Zu früh eh gedrückt! Nein! Ich darf nicht! Nein! Du kommst nicht mit! Nein! Es gibt echt Hammer Waffen in dem Spiel! Ah! Wir haben's doch! Nice! Äh! Kevin du musst morgen arbeiten! Sag mal bitte ob die Uhrzeit für dich noch? Ja! Ich hab grad schon geguckt! Heimlich! Okay! Es ist noch in Ordnung! Okay! Wunderbar! Hey! Hier ist kein Schnee mehr! Ah! Da hinten ein bisschen! Aber das wäre es vielleicht ganz anders! Viel wärmer! Wollen wir rein? Wollen wir rein? Wollen wir rein? Oder fahren wir weiter? Äh! Müssen wir da rein? Na eigentlich nicht! Dann heben wir uns den Spaß doch auf! Stop! Alphascape! Ja! 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 Diese Spucker-Skegs! Ja! Cool gemacht aber! Haben dich angesporzt! Oh! Mach recht! Wow! Loll! Für'n Geysir hier! Erdbebensimulator ist auch wieder da! So liebe Kinder! So werden Erdbeben gemacht! Scheint keiner da zu sein! Fahr einfach ran und hupe! Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion! Wie können wir hupen? Beim Tor? Ah! Y! Beim Tor! Ja! Ich öffne das Tor! Halt! Ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geisel befreien! Tötet sie! Oh! 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 MGs! Raus aus dem Auto! Raus! Das ist explodiert! Raus! 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 Oh! 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 Ich hab gar nicht wusste dass die gleich explodieren können! MGs echt stark! Ich bin Sniper! Ja! Was schießt denn du da? Schießt du da mit Granaten hin oder was? Ja! Irgendwie sowas! Ich glaube ich kann schon wieder skillen! Ich wollte mal meine Feuer-Sniper hier wieder haben! Du fetter Nomaden-Sack! Alter! Bleib doch mal stehen! Feuer ist nicht schlecht! Haben wir noch welche? Ah! Ist hier oben die MG! Verziehe unsere Fahrzeuge wieder! Ah! Das heilt sich von selbst! Ja! Geiles Teil! So! Wir kommen jetzt da rein! Ich würde mal ganz grob hier rechts anpeilen! Doll! Oh! Oh! Jetzt ist das Geschenk kaputt! Haha! Haha! So kann man es auch machen! Ups! Ah! Doch! Hier rechts ist keine schlechte Idee! Ah! Hier kommen wir rein! Genau! Ah! 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 Ja!